Und das Spiel wird beendet. Fuck. Da hat er gewonnen. Solli. Vielleicht ist sie bei denen zuhause. Die macht doch so gerne Hausaufgaben. Nope. Molly, Dolly, anscheinend gibt es gleich das Essen. Deswegen warten wir jetzt noch auf Molly, aber vor der Tür. Fast. Isaac macht hier wieder sein Kung-Fu. Und jetzt ist sie wieder zuhause, ja nicht. Ist klar. Dann wollen wir morgen das... Ach, ich hab nicht nachgeguckt, wie das Trockner wird. Hier geht. Ich hab nicht nachgeguckt, wie das Trockner wird. ex-ponsoren. oh machen wir das das 21 stunden 19 stunden machen wir machen wir werden wir aber wir haben wir haben ja ich gut sie also für belastung er Das war's für heute. holz auftanken aber ich hab kein holz mehr das ist belastend ich habe das noch nie so viel ist noch mal da einmal das ist jetzt mein haustier hundefutter wo kriegst du ein hundefutter so 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 Du hast ein bisschen Zeit. Kannst du mir helfen, eine Medizin zu verdienen? Ich bin mit der Arbeit gehalten. Ach, da ist auch noch einer. Haltestelle anzusetzen. Nein. Das kann er sein. Ich habe noch gar nicht mal zum Pflanzen geguckt. Das sollte ich mal machen. Das kann ich dich nicht sagen. Sam braucht ihre Medizin auch noch, aber Sam ist dahinten. Aber sie kommt mir ja entgegengelaufen. Hey, Kind. Warum bist du das derjenige? Ist Phyllis zu beschäftigt, um ihren besten Freund zu treffen? Vielleicht sollte ich für einen Kappen-Tee gehen und sehen, ob ich ihr helfen kann. Danke, buddy. Bitte. Bitte. Mit Phyllis reden. Ja, aber jetzt gerade nicht. Ach. Hallo. Ciao. Siiiio. Yo, see you. So Melodie ist ja keine Musik. Nein. ja Yep. Oh, wo bin ich häufiger? Warte mal. Das war ziemlich dumm. Und da ich jetzt noch schneide den Bockenständer. Das muss ich ja jetzt alles für haben. Das war's für heute. Aber ich hab noch Zeit, ne? Ja. Aber ich hab noch... Ich dachte gerade, ich hätte noch was im Inventar, was was. 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 irgendwie komme ich gerade auf keinen grünen zeig ok dann gehen wir jetzt noch phyllis und bondaddy als stelle noch in und die haltestelle dahin reden mit phyllis und dann ja ich war mal schauen weil wir sind jetzt auch schon wieder sehr lange aufnehmen ab heute morgen irgendwann angefangen bitteschön okay oh shit ok ich kann nichts weiteres annehmen langweilig man kann immer über das kochen reden mann und 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 morgen werde ich dann wahrscheinlich wieder und ja